Kommen wir zu Welt 7. Oh, ich wollt schon grad... Aieieieiei. Boah, was geht denn hier? Das ist ja... Oh, oh. Oh, 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 oh. Wo ist der Pils? Oh, er kommt wieder raus, er kommt wieder raus. Es gibt keinen Pilz. Verdammt. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Warum gibt es hier... Oh ja, ja. Hä? Ich dachte schon, ich wäre unverwundbar. Wow, 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 wow. Oh, ja, genau. Zack. Zack. Irgendwo muss doch hier ein Pilz sein, oder? Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass hier kein Pilz ist. Hier muss einer versteckt sein. Glaubt es ja nicht. Echt nicht? Nein? Keine? Och, nö. Ihr hättet ja mal... Jo, 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 jo. ...so nett sein können und mir wenigstens irgendwo einen Pilz geben können. Oh. Übel. Da war eine Lücke, da war eine Lücke. Jetzt kann ich dich zerpflücken. Oder? Auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Ach, Menno. Ah. Schießt er noch? Schießt er noch? Schießt er noch? Nein. Ah. Pilz. Geil. So. Wunderbar. Wadada. Level. 7.1 gepackt. Oh, wieder eine Wasserwelt. Eine Wasserwelt. Ich schwimm hier im Meer. Warum schwimm ich so quer? Hallo. Ah, 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 ah. Ach, nö. Voll reingeschwommen. Hilfe. Weg hier. Ich will raus. Oh mein Gott. Oh. Das ist übel. Übel, 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 übel. Ah. Oh mein Gott. Ey. Hallo. Die können glaube ich gar nicht ganz nach unten. Ah. Fische, 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 fische. Oh mein. Was war denn das? Ja, wie komme ich denn da jetzt vorbei? So. Ey, ey, ey. Verschwinde. Hilfe. Oh Gott. Da ist die Röhre. Aber mir ist da so eine Qualle im Weg. Welt 7, 3, Welt 7, 3. Oh wei, oh wei. Aha. Hm. So. Jetzt im Speedrun. Zack. Hm. Lauf, 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 lauf nicht. Lauf, hüpf. Mach irgendwas. Ja, hol den Pils. Oh Gott. Hilfe, weg hier, weg hier. Von überall. Schnell, 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 schnell. Aus diesem Level raus. Und Hilfe. Hopp, 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 hopp. Weg, weg. 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 Juhu. Oben oder unten, ich weiß es nicht. Oh, falsch. Walsch. Ah. Zweimal unten. So. Und dann? Mitte? Oho. 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 Oh. Nein. So. Das war richtig. Das ist falsch. So. Das war richtig. Oben ist komplett falsch, also unten. Okay. So. Hä? What? Wieso? So. Das war richtig. Jetzt muss ich... Oh. Oh. Wieso? Wah. Also. Irgendwie ist das hier... Ich hab keine Ahnung. Hm. Also in der Mitte? Wieder hoch? Ja. Oh no. Wir sind schon beim Bossen. Hui. Schon wieder mit Hammern. Oh jo. Noch mehr. Was? 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 Oh. Oh. Jetzt wollte ich gerade laufen. Oh. Genau zwischen die Hämmer durchgehammert. Äh. Gehüpft. Danke Mario. Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Hm. Ja. Ciao. Tor.